Hallo, ich bin's wieder, Gaby Fastner. Herzlich willkommen heute zu Hauptfitness für Einsteiger, heute mit einem Basic Workout. Wir wollen also den ganzen Körper bearbeiten, von Arme über Stützkraft, über Bauch, Rücken, Gesäß, Beine, einfach alles. Mach so mit, wie du dich wohlfühlst. Pausen sind natürlich erlaubt und ich hoffe, du bist gut erholt von dem gestrigen Yoga. Dann können wir gleich losstarten. Nehmen wir erstmal eine große Grätsche, die Knie zeigen in Richtung Fußspitzen, natürlich das Brustbein heben, den Bauchnabel ganz sanft nach innen ziehen und die Knie erstmal ganz entspannt und locker in Richtung Fußspitzen wippen lassen. Wir machen uns zuerst warm, bevor wir dann so richtig loslegen. Ganz locker hier oben und deine Schultern gehen jetzt nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten. Schultergürtel, Schultergelenke mobilisieren. Ruhig auch dein Brustbein gleich nach vorne schieben. Wichtig ist, dass du den Atem fließen lässt, also immer weiter atmen, nicht die Luft anhalten. Lass die Schultern jetzt dann hinten unten und ziehst du sie einzeln nach oben. Rechts und links nach oben und fallen lassen. Komm dann gleich in Bewegung. Links tippt, rechts tippt. Schultern hochziehen. Verlager dein Körpergewicht. Nehmen wir schon die Fußgelenke mit in die Bewegung. Und dann kreist du deine Schultern nach hinten. Links und rechts im Wechsel. Etwas größer werden. Die Ellbogen zurück. Und so richtig locker fallen lassen. Nochmal größer werden. Lange Arme ganz weit in Richtung Decke ziehen. So richtig locker fallen. Kreisen, durchschwingen. Und nochmal wieder kleiner werden. Deine Ellbogen zurückziehen. Und nochmal kleiner werden. Und deine Schultern zurückkreisen. Bisschen warm geworden. Sehr schön. Ganz locker lassen. Und dann lässt du deine Arme einmal eingestützt. Hier in der Hüfte. Und tippst mit deinen Füßen etwas weiter nach hinten. Also kein Kreuzen, sondern wirklich nur ein Stück zurücktippen. Fußspitzen zeigen zu mir nach vorne. Und jetzt gehst du noch etwas langsamer mit rechts zurück. Mit links zurück. Schau mal, dass du, wenn du hinten bist, immer ungefähr hüftschmal stehst. Jetzt. Zurück. Zurück. Dein Tempo. Jetzt mach mal weiter. Ich zeige es dir seitlich. Wenn du nämlich jetzt nach hinten gehst, senkst du dein Knie in Richtung Boden. Machst einen Lunge, einen Ausfallschritt. Also tief gehen und hoch. Wichtig ist, dass vorne dein Knie über der Ferse ist. Und die Arme nimm ruhig mit. Dann fällt es einem eigentlich leichter. Dann hat man mehr Balance. Zurück. Oberkörper ist aufrecht. Mach nur weiter. Nimm ungefähr hüftbreit. Je enger du stehst, desto wackeliger wird es. Und dein Gesäß schiebt dich nach oben. Sehr gut. Letzte Male noch. Wenn es nicht mehr geht, Pause machen. Geh nur so tief, wie es dein Knie erlaubt. Bleib jetzt unten. Halte hier. Atmen. Und noch einmal wechseln. Unten halten. Und lösen. Auslockern. Sehr gut. Schüttel aus. Komm eins weiter. So nach hinten, dass die Matte jetzt vor dir liegt. Komm auf deine Knie. Und nimm zuerst mal deine Hände unter deine Schultern. Knie unter deine Hüftgelenke. Wichtig ist jetzt wieder, dass du den Kopf anhebst. Dass du deine Schulterblätter auseinander ziehst. Und der Kopf tendenziell eher weiter oben ist, wie zu tief hängend. Der Bauchnabel innen oben. Und jetzt gib Druck mit deiner rechten Hand und mit deinem linken Knie Richtung Boden. Ausatmen. Druck. Einatmen. Lösen. Ausatmen. Linke Hand. Rechts Knie. Einatmen. Lösen. Also immer im Wechsel. Einmal Druck. Und Druck. Diagonal. Knie unter deinen Hüftgelenken. Hände unter deinen Schultergelenken. Und was merkst du, wenn du drückst? Bauch und Rücken. Perfekt. Also diagonaler Druck. Bauch und Rückenmuskulatur. Spann an. Wenn das gut geht, dann kannst du jetzt mal versuchen, eine Diagonale anzuheben. So ein Zentimeter. Ausatmend. Die andere Diagonale. Und wirklich nur ganz wenig. Das ist Training der Körpermitte. Und jetzt kannst du die Bewegung weitermachen und einfach so ein Stück nach vorne gehen. Und dann wieder ein Stück zurück. Und immer die Diagonale bewegt sich. Rechte Hand, linkes Knie. Linke Hand, rechtes. Immer gleichzeitig. Und nochmal wieder nach vorne. Diagonal. Und wieder zurück. Das ist gar nicht so leicht zu koordinieren. Und dann kommst du wieder in die Mitte. Bis du in der Mitte ankommst. Und dich einmal zurücksetzen. Handgelenke lockern. Sehr gut. Das ist das einfache Krabbeln. Rück aus. Komm nun mit deinen Händen etwas weiter. Wie deine Schultern hier nach außen. Nimm dein Gesäß ganz leicht von den Fersen weg. Spreiz die Finger. Und jetzt schiebst du dich nach vorne. Und gehst mit deinem Brustbein zwischen deinen Händen tief. Kommst wieder hoch. Und setzt dich zurück. Also komm nochmal hoch. Komm nach unten. Komm wieder hoch. Und tief. Jetzt schau mal, wenn du vorne bist, dass deine Oberarme senkrecht nach außen zeigen. Deinen Po nimmst du mit nach vorne. Also mach dich hier lang in deiner Hüfte. Komm mit dem Brustbein Richtung Boden. Und schieb dich dann wieder hoch. Wir trainieren unsere Brustmuskulatur. Fingerspitzen nach vorne. Und je weiter du jetzt mit deinen Fingerspitzen nach außen gehst und deinen Händen, umso mehr ist es wirklich die Brustmuskulatur. Und umso enger du werden würdest, umso mehr ist es dann dein Trizeps, der Winkearm. Geh nur so tief, dass du auch gut wieder hochkommst. Es ist gar nicht wichtig, dass du da jetzt wahnsinnig tief kommst. Versuch mal beim Hochgehen auszuatmen und beim Zurückgehen einzuatmen. Also vor- und ausatmen, wieder nach oben, weit zurück, Atem fließt, aus, wieder nach oben. Zweimal noch. Und ein letztes Mal. Ausatmen, dich hochschieben und dann mal lösen, dich kurz entspannen, nach hinten absetzen. Handgelenken lösen. Sehr schön. Wirklich die Hände, Gelenke auslockern. Und dann kommst du noch einmal wieder nach vorne und kommst auf die Seite, in die Seitenlage. und zwar in den Beliebten-Seitstütz. Ellbogen unter die Schulter, Unterschenkel zurück und jetzt habt das Gefühl, du schiebst den Unterarm zu dir her. Also zieh ihn mal so ein bisschen her und dann merkst du, dass du aus der Schulter rauskommst. Also wie wenn da ein Handtuch wäre, dass du zusammen shoppen möchtest. Erst herziehen und dann dein Becken anheben. Ungefähr eine Linie hier, Oberkörper, Oberschenkel. Die Hand darf abstützen und jetzt kommst du von da. Ein Stück höher und tief. Du könntest so ein bisschen Druck wegnehmen, indem du dich mit vorne abstützt. Die Teile nach oben schieben. Immer wieder gefühlt den Unterarm zu dir ranziehen. Wichtige Kraft, diese seitliche Stützkraft, die wird nämlich schwächer, je älter wir werden. Also seitlich sich stützen ist nicht einfach, aber lohnt sich. und auflösen. Reicht schon, oder? Es reicht auch kürzer. Also Rückpausen einlegen. Locker aus. Nimm deine Beine nach vorne und jetzt hebst du dein Brustbein und lässt den oberen Rand von deinem Becken ein kleines bisschen nach hinten abkippen. Leg dich zurück. Brustbein nach diagonal oben. Hände nach vorne. Fass deine Hände und jetzt atme aus und dreh dich auf eine Seite. Ein wieder zur Mitte und aus zur anderen Seite. Und ein. Kannst weiter vorgehen, dann wird es leichter. Geh tiefer, umso schwieriger natürlich. Ausatmen. Ein. Aus. Ein. Hände bleiben in Brustbeinhöhe. Du fringst deinen Bauchmuskel aus wie ein nasses Handtuch. Letzten Male. Zwei Mal noch. Und dann komm wieder zur Mitte zurück. Löse einen Moment. Leg dich über deine Beine drüber. Entspann den Rücken. Und roll dich dann nochmal auf. Und komm gleich zur anderen Seite. Ellbogenstütz. Unterarmstütz. Und zwar wieder Unterschenkel zurück. Gefühlt den Unterarm zu dir herziehen. Also wirklich das Gefühl haben, möchtest die Matte raffen. Becken anheben. Stütz dich rückab. Oder halte dich vorne mit fest. Raus aus der Schulter. Von hier. Höher. Und ab. Kopf in Verlängerung deiner Wirbelsäule. Geht noch. Noch zehn. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und lösen. Huch. Einmal rumdrehen. So, dass du dich gleich ablegen kannst in die Rückenlage. Oberschenkel fassen. Langsam tief rollen. Kurz entspannen. Handflächen in Richtung Decke zeigen lassen. Füße sind hüftschmal geöffnet. Und jetzt schiebst du mit deinen Fußsohlen mal so ein bisschen in den Boden rein. Spür, was passiert, wenn die Fußsohlen Druck geben. Merkst du, dass dein Steißbein sich Richtung Fersen schiebt. Und jetzt rollst du Wirbel für Wirbel ganz langsam dein Becken nach oben. Komm hoch. Bleibe hier. Und komm dann Wirbel für Wirbel nochmal wieder tief. Genau. Rückseite, Oberschenkel, Gesäß. Nochmal hoch. Und nochmal wieder tief. Jetzt machst du genau das Gleiche. Nur ziehst du dein rechtes Bein mit den Händen zu dir ran. Schiebst den linken Fuß. Und kommst hoch. Und jetzt merkst du, du kommst gar nicht mehr so weit hoch. Ist auch gut so. Zieh das Knie ganz nah ran. Und bewege dein Becken hoch und tief. Gibt einen knackigen Po. Noch fünf Wiederholungen. Vier. Drei. Zwei. Und Fuß oder Becken ablegen. Fuß aufstellen. Fliegender Wechsel. Links ranziehen. Ganz nah. Rechter Fuß schiebt in den Boden. Becken kippt. Und los geht's. Drück den Fuß in den Boden. Und hebe und senke dein Becken. Versuch wirklich den Druck aufzubauen. Und du musst jetzt nicht hochkommen. Und du musst jetzt nicht hochkommen. Es ist wirklich wichtig, dass die Spannung aus der Rückseite kommt. Aber Höhe ist nicht wichtig. Atem fließt immer noch. Noch zehn Stück. Zehn. 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 Neun. Acht. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Einen. Und klein werden. Die Beine mal ganz ranziehen zu dir. Mach dich so richtig klein. Lass dann deine Beine im rechten Winkel. Nimm die Hände an die Oberschenkel vorne. Und jetzt gibst du Druck. So fest du kannst. Druck mit Händen. Zurück mit den Oberschenkeln. Zurück. Fest, fest, fest. Immer noch weiter atmen. Spannung halten. Welchen Muskel spürst du? Atmen, atmen. Bauch, oder? Und nochmal wieder lösen und entspannen. Noch einmal Beine nach vorne. Druck aufbauen. Handballen drücken. Oberschenkel drücken zurück. Atem fließt. Nacken ist entspannt. Und lösen. Noch ein letztes Mal. Einmal noch. Beine nach vorne. Gib nochmal Druck. So fest wie es geht. Druck, 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 Druck. Druck, 4, 3, 2, und lösen. Sehr schön. Geschafft. Ganz klein machen. Ruhig mal das linke Bein aufstellen. Dein rechtes Bein nach oben. Und jetzt kannst du entweder den Oberschenkel fassen. Wichtig ist, nicht unbedingt in die Kniekehle, sondern Ober- oder Unterschenkel. Und hier locker bleiben. Und versuch dein Bein mal zu strecken. Und drückst in die Hände. Egal wo du hältst. Oben oder unten. Drück dein Bein in deine Hände. Spannung aufbauen. Druck, Druck. Dann atmest du ein. Löst wieder. Und atmest aus. Und ziehst nochmal ein Stück näher zu dir her. Spür die Dehnung in der Rückseite. Ruhig die Fußspitze auch nochmal herziehen. Und wieder locker lassen. Fuß aufstellen. Seite wechseln. Einmal links. Richtung Decke. Ober- und Unterschenkel fassen. Und in die Hände schieben. Druck aufbauen. Nacken entspannen. Schultern entspannen. Egal wo. Einatmen. Lösen. Ausatmen. Weiter ziehen. Und dann, wenn du möchtest, deine Fußspitze noch Richtung Schienbein. Merkst du noch mehr die Dehnung hinten, oder? Und löse nochmal auf. Du darfst dich mit dem Bein gleich nach oben zum Sitzen ziehen. Jetzt bleibst du nochmal sitzen. Ein Bein nach vorne, dein anderes kreuzt. Und dann kannst du nämlich das Bein so hoch anziehen. Und dich aufrichten, bis du die Dehnung im Gesäß spürst. Du hast raus. Kann auch hier sein. Wie es angenehm ist. Dann nochmal lösen. Wechseln. Anderes Bein kreuzen. Ranziehen. Knie nach außen drücken. Gesäßmuskeln spüren. Gar nicht so leicht. Das sind die Hüfte, die Hüftgelenke, die oft gar nicht so beweglich sind. Komm dann langsam wieder zurück. Einmal eins weiter. Auf deine Knie. Auf deine Füße. Stütz dich auf die Oberschenkel auf. Und jetzt mach deinen Rücken ganz rund. Kopf rein. Und gerade. Und nochmal ganz rund. Gerade. Und wenn du gerade bist, richte dich auf zum Stehen. Und jetzt kannst du entweder deinen Oberschenkel dehnen, indem du das Bein zurücknimmst. Und deinen unteren Rand nach vorne kippst. Die Ferse löst. Oder, wenn es geht, deinen Fuß fassen. Knie zusammen. Und den Fuß in die Hand schieben. Du könntest dir auch hier ein Handtuch rumwickeln. Und dann hinten mit Handtuch dein Bein nach oben ziehen. Wichtig ist, dass du hier die Dehnung jetzt merkst. Hüftbeuge ist gern zu kurz vom Sitzen, vielen Sitzen vielleicht. Und er zieht den Rücken gerne in ein Hohlkreuz. Also wichtig, den zu dehnen. Wechseln. Andere Seite. Knie zusammen. Und den Fuß in die Hand drücken. Fleißig. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Morgen kommt Faszientraining. Also wenn du möchtest, sei morgen wieder dabei. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Gefällt mir. Netten Kommentar. Freuen sich bestimmt auch alle, die mitmachen, wenn sie lesen, wie es den anderen so ergeht. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, du. Das ist kostenfrei. Löse wieder. Locker aus. Atme ein. Atme aus. Fass die Hände hinten. Zieh hier noch einmal nach oben. Brust, Bein. Ehen. Wenn du abonnierst, bekommst du mal Info, wenn wieder ein neues Video von mir da ist. Wenn du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen, vielen Dank natürlich auch. Dann mit 2,50 Euro monatlich zum Beispiel oder 5 Euro. Das ist der Link unter dem Video. Deine Unterstützung heißt der Link. Vielen Dank. Locker aus. Atme ein. Atme aus. Atme ein. Atme aus. Letztes Mal ein. Streck dich. Öffne die Arme. Entspanne dich. Vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr schön. Sehr fleißig. Wie gesagt, ich hoffe, dir hat es gefallen und du bist entweder bei irgendeinem Workout von mir nächstes Mal wieder dabei. Du kannst auch gerne auf meinem YouTube-Kanal mal suchen, welches Workout dir besonders gut gefällt und das machen. Oder du bist bei dieser Challenge Home Fitness für Einsteiger morgen bei Fast 10 Fitness wieder dabei. Bis dann. Ich freue mich schon. Bis dann.